Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute gehen wir den glutenfreien Broten auf den Grund. Welche Brote sind glutenfrei? Worauf muss man achten, wenn man sich glutenfreies Brot kauft? Das zeigen wir euch in diesem Video. Welche Brote sind glutenfrei? Ja, die Frage ist eigentlich relativ leicht beantwortet. Alle Brote, die glutenfrei sind, also aus glutenfreien Getreidesorten gebacken werden. Gluten ist ja ein Klebereiweiß, der in Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste etc. vorkommt. Und es gibt sehr viele Menschen, die eine Unverträglichkeit haben oder sogar eine Zöliakie. Diese sollten glutenmeiden und deswegen brauchen sie leckeres Brot. Glutenfreies Brot. Aus was backt man dann glutenfreies Brot? Da könnt ihr einerseits mal durch meine Rohstoffkunde gehen, da sind sehr viele Mehle aufgezählt, wie zum Beispiel Buchweizen, Tapioca, Mais, Teff, Reis. Ja, ganz viele Getreidesorten, die glutenfrei sind. Und aus diesen Getreidesorten kann man leckeres Brot backen, wenn man sich als Bäcker damit beschäftigt, sehr viel Zeit investiert, Rezepte kreiert und dann zum Beispiel so ein leckeres Saatenbrot herstellt. Ich habe ja 2013 damit angefangen, mich mit glutenfreiem Backen zu beschäftigen. Und mein erstes entwickeltes Brot war das Meisterbrot, das auch bei Deutschlands bester Bäcker dann prämiert wurde. Tagesieger bei Deutschlands besten Bäcker ist... Familie Mattheis! Es hat einen Teff-Anteil und wir backen das mit einem Buchweizen-Reissauerteig, der wird speziell angesetzt. Den hatte ich damals entwickelt und den verwenden wir auch heute noch in ganz, ganz vielen Brotsorten. Wir backen Brote ohne Hefe, ohne Mais und achten auf verschiedene Intoleranzen, auch ohne Zucker und natürlich auch vegan. Ja, und beim glutenfreien Backen kommt es eben darauf an, noch die richtigen Bindemittel einzusetzen, dass die Brote auch noch schmackhaft sind, lecker sind und auch tatsächlich aussehen wie Brot. So wie jetzt zum Beispiel hier das Saatenbrot. Als ich meine Ausbildung zum Bäcker gemacht habe, war das ganze Thema ja noch so weit, dass wir tatsächlich in der Schule unterscheiden mussten zwischen backfähigem Getreide und nicht backfähigem Getreide. Backfähiges Getreide wurde zum Beispiel an das Weizen oder Roggen betitelt und die nicht backfähigen Mais und Buchweizen und Reis. Und ja, jetzt haben wir hier ein Brot liegen, das aus Buchweizen und Reis gebacken ist, nämlich mit einem Buchweizen-Reissauerteig. Und da das Ganze ja nicht gebacken wurde anscheinend, weil so habe ich das in der Schule gelernt, haben wir das wahrscheinlich gezaubert. Ja, das Schöne ist, dass man meine Brote halt eben online bei der Meisterei bestellen kann. Die lassen sich prima einfrieren und zu Hause aufbacken. Wie das Ganze funktioniert, das findet ihr auf der Webseite. Es steht auch immer bei jedem Brot nochmal dabei. Wir empfehlen immer, die Brote geschnitten einzufrieren und dann die gefrorene Scheibe kurz im Toaster zu reanimieren. Das Ganze funktioniert perfekt, weil die Rezepte so abgestimmt sind, dass die einfach saftiger gebacken sind, als ihr herkömmliche Brote kennt. Und deswegen funktioniert es auch, dass man online Brot bestellt und die Brote dann über den Versandweg nicht trocken werden, sondern im Gegenteil immer noch super saftig sind. Ja, und für alle, die gerne backen, und das sind ja hier auf YouTube einige in der Community, habe ich das Brotmehl Dunkel entwickelt und da mein Wissen reingepackt. Da sind schon verschiedene Mehle drin, da gibt es auch tolle Rezepte dazu, findet ihr hier auf YouTube oder auch auf dem Blog. Und so könnt ihr auch schön einfach ein leckeres Graubrot backen. Ja, so ist, denke ich, für jeden was dabei und so könnt ihr zu Hause von diesen leckeren Kreationen profitieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und die Glocke und dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Video. Ich sage ofenfrische Grüße, macht's gut, euer Robert.